Servus Leute, Willkommen bei mir, Arnrage und einer weiteren fabelhaften Folge Serious Sam 4. Wir haben letztes Mal das Kapitel beendet, die Tore der Hölle war es, als der Vesuv ausgebrochen ist, auf unbekannte Weise natürlich irgendwie, aber jetzt gehen wir mal... Oh, ich war noch nicht fertig, scheiße. Okay, ja Leute, wie ihr schon gemerkt habt, ich bin... Ah, ah, tschüss, wow, oh, war verschwendet, ich weiß. Ja, machen wir es so, machen wir es so, easy, schroti, frisch wieder drin, mit neuer Energie, Leute. Wir machen das auf jeden Fall jetzt. Uuuuh, Flammenwerfer, Flammenwerfer, aua, hör auf jetzt. Ach, dankeschön, Arschloch, na, sorry. Ja, so, liegt hier sonst nur Leben? Na, okay, wir sind hier bei einer 70. So, das sind nur welche, ja. Einmal und... Ist da noch jemand irgendwo? Ich sehe nicht. Ich sehe nicht, Leute, wir haben es geschafft. Jo! So, was ist hier drin? Kann ich hier rein? Nein, natürlich nicht. Klasse. Ich liebe es, wenn mir Wege abgeschnitten werden. Ähm, ähm, wo waren wir jetzt? Das ist, glaub, die Abkürzung, oder nicht? Hat's mich erwischt grad? Er war, oder? Mir hat er jetzt nichts erwischt. Oder das ist doch der weiter... Ah, hier liegt Schuss! Nur 10, aber hey, ja, mei. Ach, komm schon! Was soll das? Fuck. So, einmal und zack! Zweimal und... Oh! Nein, verdammt! No, no, das ist doch schon nicht. Zack, weg mit dir! Weg mit dir! So, wie viele noch? Haben wir alle? Gott, Leute, das ist anstrengend. Ich brauch C4. Dankeschön. Okay, wir haben wahrscheinlich vorhin Schaden gelb. Du musst echt weit wegstehen davon. Hier kriegen wir noch mehr C4, das weiß ich. Genau. So, gehen wir weiter. Äh, do, do. Die Musik ist echt geil irgendwie. Oh, do, do. Ha, geil! Es hat funktioniert! Oh mein Gott! Nice! Das war episch, Leute, das war episch! Leck mich. Normale Schrotflinte? Wir haben gar nicht mehr so viel Muni, muss ich sagen, inzwischen. Also, am Anfang ging das ja nur ganz gut, dass wir uns die Muni aufheben konnten, aber inzwischen... Sind wir schon, Awing? Knapp dran! Oh mein Gott, sind es viele schon wieder! Ach, komm jetzt! Ach, komm jetzt! Lass mich rauslaufen! Ach, Dankeschön! Dankeschön! Ah, meine Followers sind schon wieder da! Zock! Oh, das hascht davon. Das hascht davon! Hoppala! Einfach aus Jux und Kauks, Leute, wisst ihr nicht. Äh, gerade habe ich mich nur beschwert über Munition und dann im Endeffekt haue ich es so raus, gell. Hm, vielleicht nicht gerade die beste Idee. Wisst ihr, ich kann die Seichenkiste nicht öffnen! Da! Mein Loot-Zwang, Leute, ich brauche das! Ich muss looten! Okay. Was hätte ich sonst erwartet? Rüstung! Hopp! Und... Nichts! Und... Da lang! Hopp! Puff! Wir können da unten auch nochmal rammen, aber hier ist ein Secret, schätze ich? Oder irgendwas anderes? Eine Lebensspritze, jo! Könnten wir eigentlich mal einsetzen, gell? Könnten wir ja eigentlich mal einsetzen. Passt. Sind ja nicht ganz voll kalt, ist okay. Scharfschützen, Muni! Schön. Nur, dass die halt absolut kein Gegner ist. Geil. Wofür habt ihr Scharfschützengewehr, wenn die Gegner ihr erst vor mir spawnen? Das ist doch total... Hm! Ja, das ist aber jetzt auch schon voll. Das ist auch schon voll. Und jetzt kommen sie. Wo? 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 Oh. Oh, mein Aim! So. Ah. Wo noch? Los! Weg! Und... Zack! Ich kann den Kopf leider nicht verschwinden lassen, glaub ich, gell? Alter, was ist denn los? Hä? Jetzt da! Oh mein Gott! Hat das lange gedauert, bis der gestorben ist. Ich glaub, du musst auf den Bauch schießen. Ich glaub, Bauch ist hier kritisch, oder? Ah, wie viele sind denn das schon wieder? Oh mein Gott! Ach komm jetzt! Schieß dann nicht immer daneben! Ach komm! Nur ein Millimeter! Nur ein Millimeter! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, jetzt kommt er noch! Jetzt kommen auch noch Echsen! Oh mein Gott! Okay, gut. Gut, gut, gut. Oh, was machen wir jetzt? Den hier erstmal. Na, den hier nicht. Ähm, den hier. Und den wen hier. Okay. Wir warten. Zack. BOOM! In die Luft mit dir. Es kommt eine Mä. Ich hörste. Ich hörste. Wo? Da hinten. Da hinten. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Äh. Oh, hier ist Leben und Rüstung. Oh mein Gott. Vielleicht hätte ich hier das Feuer doch besser durchsuchen sollen. Aber ja, okay. Nein! Wir wechseln mal das. Boah, wo wollt der hin? Wo wollt der hin? Was? Das geht's doch nicht! Jetzt spawnen die einfach hinter mir, ohne dass ich's mag. Das ist einfach schwachsinnig. Wo? Wo? Der kommt bestimmt klar um die Ecke gelaufen oder so. Oh, okay, okay, okay. Wir wissen's. Wir wissen's. Alles okay. Na. Boah! Nice, ich liebe C4, Leute. Das ist so gut. Ich hoffe, es hat irgendwo in der Welle gespeichert, aber ja. Scheiße! Das ist doch scheiße! Gott. Nein, natürlich nicht. Ich muss alles wieder von vorne machen. Geil! Wie geil, liebe es! Vielleicht sollten wir bei denen auf was anderes umwechseln. Doppelpistolen zum Beispiel. Doppelpistolen sind gut für die. Ah, wo ist... Oh, schüppwitter von hinten! Jetzt geh ich schon irgendwo in der Ecke rein, damit nix mehr von hinten kommt. Und was passiert, da spawnt natürlich jemand von hinten. Komm jetzt. Ja, ja, ja. Ich muss nur gucken, wann die Skorpione spawnen, Leute. Und das sind die Skorpione! Jo! Hab's el. Oh mein Gott! Ich muss nur gucken. Hier müssten aber auch welche spawnen, eigentlich. Ich... Oh, nein. Ah, fuck! Ich bin... Ah, komplett weg. Komplett weg! Komplett weg! Ah! Hör auf, man hängt jetzt! Oh, Feuertypen! Skorpione! Ja, natürlich! Wie gesagt, das Spiel kann auch nicht weniger auf mich schmeißen. Oh, Gott. Oh, da ist auch schon wieder einer. Nein! Nein! Oh! Leute, wir müssen irgendwo kurz in Sicherheit und Leben sammeln. Irgendwo, irgendwo muss ich sicher leben sein. Oh, Gott. Ich hasse es. Ich hasse es. So, der ist weg. Wo ist mein Scharfschutz? Ah! Leck mich. Tschüss. Ah! Wo kommst du her? Oh! Oh mein Gott! Oh! Gott! Tschüss! Ich geh wieder. Oh mein Gott! Aus der Pfanne! Aus der Pfanne! Aus 30 Kilometer! Komm, komm, komm! Boom! Weg ist er. Boom! Oh, komm! Weg! Ach, komm jetzt! Hör auf, wegzulaufen! Und nach hinten zu schießen, Arno! Er läuft weg und schießt nach hinten! Was ist los mit? Okay, okay. Äh, C4 bitte. Ich liebe es, Leute! Das sind wir so gut! Es kommen auf jeden Fall noch welche. Ich lasse mich diesmal nicht mehr so verarschen. Ja, ja, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Was? 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 Irgendwas explodiert hier einfach. Ah, scheiß drauf! Wo ist das C4? Nur C4, Leute! Zack! Boom! Da mach ich doch nicht lange rum jetzt mit denen. Sonst jemand? Ich trau dem Spiel kein bisschen. Ja, natürlich ist irgendwas! Leck mich! Wo sind sie? Wo sind sie? Oh, flappende Typen! Ich trau dem Spiel nicht mehr! Nein! Äh! Und? Ja, hab ich noch. Ah, da warten wir, da warten wir. Kommt her! Kommt her! Zack! Zack! Och, komm! Nein! Verdammt! Nein! Wie viele? Leute, wie viele? Du! Jo! Nice! Oh! Nein, tust du nicht! Wo? Wo? Da oben? Ach, leck mich doch. Aua! Als ob du den nicht gekillt hättest! Du bist scheiße Raketenwerfer! Zauberraketenwerfer kann ich auf Papier gekillt! Ich soll vielleicht auch nicht zu nah dran stehen grad! Oh nein! Oh nein! Wir gehen! Tschüss! 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 Hau nein! Los! Und jetzt! Oh no! Juuu! Nein! Nein! Tut es nicht! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Oh, wo ist mein C4? Her mit dem C4! Los! Oh Gott! Okay! Okay! Oh! Tschüss! Tschüss! Boom! Okay! Wow! Alles knapp! Oh mein Gott! Muss das sein! Sind wir fertig? Sind wir durch? Sind wir durch? Oh mein Gott! Wieso hört die Kampfmusik nicht auf? Wieso hört die Kampfmusik nicht auf? Ist das die Hintergrundmusik allgemein oder? Passiert da noch was? Ist da noch jemand? Ja! Okay! 104 Leben! 25 Rüstungen! Ja! 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 Ja gut! Ist da noch irgendwas? Da ist noch Muni! Ja! Oh mein Gott! Leute! Das wird so stressig! Das ist so stressig! Was soll da noch alles kommen? Kannst du mir gleich die Armee von am Anfang wiedergeben? Aber das macht auch keinen Unterschied mehr! Boah! Da ist noch Leben! Nein! Wir brauchen kein Leben! Wisst ihr, das habe ich über Leben! Ich brauche Sturm! Weiter! Ich mag es nicht, Leute! Hier dauert wieder irgendwas auf! Oder? Ja! Noch eine Fähigkeit in Kugel! Jetzt wird es lustig! Jetzt wird es richtig lustig! So! Was machen wir jetzt, Leute? Muni oder doppelte mittlere Waffen? Oh! Schneller nachladen wäre auch richtig gut! Verdammt! Du kannst während des Sprintens schießen und nachladen! Oh! Das ist alles so gut! Aber das... Oh! Achso! Wir haben das mit dem... Achso! Ach! Das war das! Hm! Ja, okay! Dann sind es jetzt entweder das oder das! Waffen schneller nachladen! Oder du kannst zwei Zweihandwaffen gleiche! Aber wir verbrauchen so viel Muni dann! Was ist denn das du hältst? 20% gegen Flächenschaden! Explosionen und so! Eigentlich gar nicht schlecht! Deine Feuergeschwind erhöht sich nach dem Nachladen! Okay! Wird es mehr schaden, wenn du nur noch wenig Gesundheit hast? Zwei schwere Waffen! Du kannst zwei unterschiedliche Waffen gleichzeitig führen! Das ist ja mal voll geil, Leute! Voll geil! Was gibt es denn hier unten? Du bewegst dich beim Ziel mit normaler Geschwindigkeit! Du kannst Nahkampfangriffe auf größere Entfernung einsetzen! What the fuck! Du kannst Nahkampf gegen mittelgroße Gegner einsetzen! Du kannst Nahkampf gegen große Gegner einsetzen! What the fuck! Okay, aber so spielen wir glaube ich nicht! Du kannst auf Gegner wie Wehrbullen und Gnum reiten! Alter, wie geil ist denn das? Oh mein Gott! Aber wir nehmen jetzt erstmal schnell den Nachladen! Egal! Das ist schon ziemlich gut! Besonders bei den Schrotflinten, wo sowieso nach jedem Schuss nachladen musst! Da ist das dann ziemlich nützlich! So! Hier sind wir fertig! Ist hier noch irgendwas verstecktes? Hier oben? Ne! Gehen wir weiter! Hier, nix! Okay, Leute! Kommen wir zu dem Bacon wieder, oder? Oh Gott! Oh Gott, Leute! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich hasse es! Vielleicht doch was anderes? Ich bin mir nicht sicher! Ich habe keine Ahnung! Hier, wir haben... Was? Also wir können 600! Wir haben 80! Okay! 12, 100, 100... Oh, wir haben echt nicht viel Muni, Leute! Aber wir kriegen hier einen Haufen! Und das macht mir eben mehr Sorgen, als dass es mir hilft gerade! Echt jetzt! Oh! Oh! Okay, okay, okay! Okay, okay, okay! Okay! Ist es wirklich schnelleres Nachladen? Kommt mir gar nicht so vor! Und wenn, dann ist es ziemlich wenig! Dafür, dass so einen ganzen Fertigkeitspunkt ausgeben musst! Hätte ich schon mehr erwartet! Oh Gott! Oh! Ja, hi! Auch schon lange nicht mehr gesehen! Gut, 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 gut! So! Gott! Hammer! Muni! Ich will kurz hier nur rausschauen, weil hier liegt bestimmt auch noch irgendwas an Schilde oder Gesundheit! Ne, nix! Okay! Oh! Okay, wir gehen ja schon wieder! Wir gehen ja schon wieder! Dann... Oh! Jetzt kommen natürlich die Echsenviecher auch noch! Die Zauber-Echsen oder Echsen-Zauberer! Ich weiß es nicht! Egal! Oh, nochmal ist so einer! Ah! Mann! Beweg dich nicht so schnell! Lass dich abknallen! Los! 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 Aua! Aua! Und da kommt noch mehr! Aua! Von wo? Von was? Von wem? Das war vielleicht ein wenig Overkill, aber hey, es war geil! Ach, komm! Ach, komm jetzt! Ich sollte Q drücken! Ich sollte verdammt nochmal Q drücken! Und nicht mit deinem scheiß Mausrad darf 50 andere Waffen auswählen! Aua! Das wird ein langer Lernprozess, Leute! Ein langer Lernprozess! Puh! Da ist der Gabler! Der ist von mir aufgestellt! Oder wir laufen ja gerade zurück, theoretisch! Also... Jetzt laufen wir aber dahinten auch nochmal, wie ich brauche das Leben und ich brauche die Rüstung, deswegen... Wir müssen hier nochmal alles durchsuchen, weil es ist auch nochmal alles neu gespawnt, also... Vielleicht... Ja, siehste! Äh, was... Ich bin ja... 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 Alles... So... Wir sind fertig, wir gehen! Ich bin ja... 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 Einfach... von Cäsar Kommt das war so ne Steinvorlage Wow Wow Ist Julius Sam ein normaler Mensch? Ich glaub's verschnitt, aber ok Und wenn die so leicht war, dann wär's bestimmt für Kenny auch kein Problem gewesen Ja, ich weiß nur, aber ja Achso Ey, du hast ne Waffe? Kenny hat ne Waffe Leute Er hat sich weiterentwickelt Digitiert ist er Er hat ne Waffe jetzt Er ist nicht mehr so nutzlos wie am Anfang Stimmt allerdings Ja, wenn ich jetzt nur wüsste, woher der Ankrand kommt Dann wär das nur ziemlich schön Gut Schön, dass du einen Krack hast Wirkt ganz schön gefährlich Nein! Ach wirklich? Lava ist nicht gefährlich Das ist unser ganz gewöhnliches Lebenshabitat Aua! Ah! Ich weiß nicht echt Fühlst du mich immer wieder durch die gleichen Maps Und machst mit Dunders die Wege auf Schlechtes Benehmen würde ich sagen Hier waren wir doch schon Er hat's getan Er hat's getan! Oh mein Gott, wie geil Er hat's getan Er hat endlich einen One-Liner geschafft Aber der war nicht mal schlecht Der war nicht mal schlecht Der kam sogar echt schnell Hätte ich von Kenny nicht erwartet Kenny, du wirst ja langsam Nice Wir sind stolz auf dich Kenny Jetzt ist das Gefühl, dass ich dich erschießen muss schon ein wenig weniger Dringend Gut Ja, ja, ja Irgendwelche Klima-Uhr Bla, bla, bla Sie sieht so schön warm aus, Leute Ich weiß gar nicht, was ihr habt Die ganzen Lavasänen machen so ein schönes, angenehmes Feeling Find ich Ist schön warm von den Farben her Kann euch gar nicht sagen Ist das angenehm Besser als Winter, muss ich sagen Oh mein Gott Das sind schon wieder zu viele, Leute Es sind einfach schon wieder zu viele Es ist... Ah, ich werde hier wahrscheinlich wieder verrecken Weil ich zu blöd bin Und nicht weiß, wo die spawnen Kenny Oh, sorry, ich wollte nicht abschießen War kein... Leute, was ist hier los? Ich balle hier einfach nur einen Schrotflinter Auf der Schrotflinter Und ihr stirbt einfach immer irgendwas Huuuuh Bye, bye War's das? Ah, nee, war's nicht Okay Ah, okay Für Vampire sind für Leichtpistolen nicht unbedingt das Beste Aber C4 Oh mein Gott Oh mein Gott Äh, Verlangsamung brauchen wir nicht wirklich Boom! Okay, Gott Wo ist er? Wo ist er? Na, verdammt Ich war zu langsam Da bin ich auch zu langsam Ah, ich... Zielen ist keine gute Idee, Leute Zielen ist kein... Oh Gott, das ist schon wieder so viel Ich kann mich gar nicht auf gar kein konzentrieren Oh Gott Oh Gott, bist du nicht grad erst auftaucht? So, gut Danke fürs Leben Oh mein Gott, sind es schon wieder viele Ach komm, ich bin so scheiße im 10, Leute 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 Ich bin so scheiße, deswegen spiele ich auch kein Ego-Shooter Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Kannst du bitte aufhören? Kannst du bitte sterben? Kannst du auch sterben? Oh Gott Ich treffe auch gar nicht Ich treffe nicht Ich treffe nicht Oh mein Gott Und meine Granate habe ich daneben geschossen Und den habe ich auch daneben geschossen Oh Oh Ja Leute Wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder Sobald ich Schossen Die kriegt man schon noch Die kriegt man schon noch Easy Dauert Der hat doch gar nichts gemacht und ist dann schon abgekaut Das gibt es doch nicht Ach komm Ach Kenny jetzt Verschwinde doch mal Dann stehe ich mir voll in der Schussweine Obwohl Kenny vielleicht genauso viel trifft wie ich gerade ungefähr Aua Was waren das das jetzt? Dankeschön Mit 31 Leben Danke Ach Noch mehr Ja noch mehr zu viel Nein Nein Oh neee Lass mal lass mal Ne 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 Lass mal lass mal So So Gut Hu 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 Ja der Granatwaffer an der Schotflin ist gar nicht übel Gar nicht übel Gar nicht übel Muss nur spaß damit umge- Uuuuuhh Uuuuuhh Granate schießen Granate schießen Leute Das beste Kombi Oh fuck der war verschwendet Weischt wie kann der mich treffen? So das Homing Schüsse oder was? Ach komm bitte stirb Bitte stirb Oh Gott komm Mehr Gegner Größere Schotflinte Ganz einfach So ist die Devise Leute Ach Kenny jetzt Schön für dich Schön dass du eingekriegt hast Danke Hast du vorhin auch schon gesagt Dann kam wieder ne Welle Du Arschgesicht Ach sorry Leute Ich sollte auf einmal zu fluchen Aber das liegt einfach in meinem Blut Ich kann nicht anders Was? Wo? Was? Von wo? Von was? Lord Achrichmas Was ist das? Ist das jetzt Supervampir Oder? Was ist das? Okay es ist irgendein Dämonenvieh Das mit Irgendwas schmeißt Ich weiß nicht was Was schmeißt das überhaupt? Ach Kenny Jetzt reicht's mir Und wo taucht Er taucht immer ganz hinten auf Und dann beschmeißt die mir In irgendeiner Scheiße Wo ist er? Ja ist so jetzt hab es So wir warten einfach Demander stehen Ich versteck mich hinter der Wand Leute Hinter der Wand Verstecker Ach komm jetzt Ihr sollt vielleicht auch treffen wenn ich Soldaten zu zählen Es ist alles so stressig Es ist so stressig Genau in dem Moment muss er natürlich flüchten Ja So Komm Oh ich muss hier weg Ich muss hier weg Wuhuuu Metal Woah Komm Das war's da oder Jo Los Kenny Los Mittelmäßig Der war mittelmäßig Aber mir wäre jetzt auch kein besser reingefallen Wenn wir jetzt mal der Fall gesehen Aber Jones Didn't make it Shit Ja Let's get out of here before you join in Fuck Ja Mann Wow Leute Das war ne Unheimlich aufregende Und stressige Folge Und ich hab'n Chip mitgekriegt Heiß, heiß, heiß Ja das war das auch echt Muss man sagen Das war wahrscheinlich auch ne echt laute Folge Sorry dass ich so viel geschrien hab Leute Aber es war echt Huh Anstrengend Also Leute ihr wisst es ja Falls euch das Video gefallen hat Lasst ein Like da Über ein Abo würde ich mich da auch Natürlich auch sehr freuen Support ist kein Mord Denkt immer dran Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge Macht es gut Servus